Äh, Leute? Ich glaube, ich habe das Game gesoftlockt. Ich kann nichts drücken. Und die Cutscene spielt nicht weiter. Ich kann nicht ins Home-Menü! Ich kann nicht ins Home-Menü! What the f- Ah, doch, okay. Dann muss ich das Spiel beenden. Heyo, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play. The Let's... The Legend of Zelda. Sonic Mania. Ich bin Mike vom Kanal GameCop. Wir sind in einer erneuten neuen Zone namens Press Garden. Ah, okay. Alles klar. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Das sind Gegner aus der Mushroom Hill Zone. Okay, ja. Interessantes Thema. Was die hier gewählt haben. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich da reinkomme. Nicht hier mit. Das kann ich kaputt machen. Wie komme ich da hin? Hm. Wayne. Okay. Ah. 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 Zurück. Ah, ich kann nicht zurück. Okay. Das... Das ist die... Ding-Zone. Wie heißt sie noch gleich? Diese Dinger erinnern mich sehr an die... Death Egg Zone. Oder Launch Pad Zone. Aus... Sonic 3. Ja, die Launch Pad Zone aus Sonic 3. So, warte mal kurz. Wenn ich hier Spin Dash'e... ...und dann nach links halte... ...komme ich da immer noch nicht vorbei. Ah. Na dann. Gut. Hier kenne ich mich natürlich nicht aus, weil... ...neue Zone. Sieht aber... ...relativ interessant aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay. Okay. Sehr, 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 sehr interessant. Okay. Die Dinger machen Gegner? Äh... Äh... Okay. Die neuen Zonen... ...verwirren mich... ...stark. Das ist alles, was ich zu den neuen Zonen bisher... ...herausgefunden hab. So, hol ich mir erst mal... ...die Dinger. Die neuen Zonen verwirren mich stark. Und das Timing auf diesen Laufbändern... ...ist auch nicht das Allereinfachste. Äh... ...T? Hab ich's jetzt verkackt schon? Wolltest du mir doch nicht sagen, oder? Ist das ein Zeiträtsel? Ist das ein Zeiträtsel. Wassershield. Okay, cool. Damit komm ich... ...von hier, glaub ich, sogar. Ja. Alles klar. Special Stages ist mir jetzt... ...vorerst egal. Oh. Okay. Oh, fucking please! Wer kann das... ...wer kann das ahnen? Wer kann das bitte ahnen? Das interessiert mich aber, was passiert. Weil ich komm da ja dann theoretisch durch, ne? Nichts einfach. Okay. So, und das ist so Wandsprung-Style, oder wie? Ja, ein bisschen. Puh. Also, Leute. Muss wieder sagen, sehr verwirrend alles. Weiß nicht, ob die neuen Zonen mir so gefallen. So. Ähm. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Äh, ähm. Okay. Verwirrend. Ich muss raus. So. Ich weiß, dass es auf jeden Fall bei irgendeiner von diesen Dingern... ...locker... ...ein Ding gibt's. Okay, hier ist ein One-Up. Aber halt nur ein One-Up. Ich hätt' gern mal Special-Stages, oder so. So, komm ich da irgendwie schneller noch raus. Zipindash. Okay. Gibt aber nix dafür. Für meinen tollen Witz. So. Was hat das jetzt gemacht? Ich hab... ...überhaupt keine Ahnung. Hä? Was? 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 Noch? Äh? Komm ich nicht hoch. Hier? Nope. Okay. Äh, ich... ...verstehe. Ich versteh' gar nix, Leute. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was abgeht. Ich hab so überhaupt keine Ahnung, was abgeht. Ich spiel' einfach mal. Ich glaub' sogar nicht mal, dass ich die... ...alle Chaos Emeralds in diesem Display kriege. ...weil's einfach zu verwirrend ist. Ai, 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 okay. Ähm. Zack. Ey. Ich wollt' das mitnehmen. Ähm. Okay. Da gibt's n' One-Up. Wie krieg' ich das One-Up? Okay, ich lass' das einfach mal in Ruhe. Ah. Das A-Rätsel. Was kein Rätsel ist, sondern... ...Titling. So. Okay, okay, okay. Locker gab's hier irgendwas. Locker gab's hier irgendwas, oder? Ja, fuck it. I don't know. I don't know. Ich weiß es nicht. Okay. So. Weiter geht's. Gut. Da hoch komm' ich hier nicht. Ah, das ist halt auch sehr... Oh, ich komm' hier runter. Ach so. Äh, ich komm' hier hoch. Ähm. Ich bin einfach verwirrt. Ihr... Vielleicht... Vielleicht merkt ihr's ja. Ich bin einfach nur verwirrt von diesen Stages. Äh. Okay. Wie... Muss ich das verstehen? Au. Wie soll ich das verstehen hier? Hä? Ach so. Die roten Boxen sind härter? Verstehe. Glaube ich. Autsch. Okay. Okay. Ah, fuck. Okay, die roten Boxen sind härter. Verstehe. So. Und das war's. Verstehe. Mit sieben Minuten. Okay. Es ist ein langes Spiel. Es ist ein langes Spiel. Oh. Easy. Okay. Coolio. Zwei Ringe. So. Es geht weiter. Ui. Press Garden Son 2. Das sieht ja... ...um Längen besser aus als die erste... ...als der erste Act. Ei. Ei? Verstehe ich. Ich bin mir nicht sicher. So. Okay. So. Aha. Ah, ich komme ja auch mit Springen runter. Das ist gut zu wissen. So. Wasserschild. Schützt es mich vom Einfrieren... ...oder friert es mich... ...mehr ein? Okay, nur Ringe. Schade. Ich dachte jetzt hier... ...ein Special Stage wäre nice. Die vierte muss ich ja immer noch schaffen. ...wann warte, warte, warte. Oh. Ding Dongs. Okay. Ah, ne. Ich will die Ding Dongs eigentlich schon benutzen. Äh, komme ich zurück? Irgendwie... Ne, ich komme da... Doch, ich komme da hoch. Fuck. Ah, okay. Wayne, hier geht's weiter. Ähm. Ich wollte gerade schon sagen... ...das wäre ziemlich asozial, wenn ich da nicht weiterkomme. Ha. Äh, okay. Ich bin immer noch ziemlich verwirrt zwar, aber... ...nicht mehr so arg wie im ersten Act. Hier scheint mir das Level-Design deutlich klarer. Vor allem, weil es keine... ...komischen... ...Laufbänder gibt. Ey, 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 okay. Äh. Okay. Oh, Special Stage. Äh, alles klar. Soll mir recht sein? Ich... ...ich bin einfach gerade... ...overwhelmed. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's perfekt verkackt. ...aber ich versuche natürlich, die Special Stage zu schaffen. So. Jetzt sind mir die Ringe auch egal. Es geht einfach schneller so. So. Okay. Es brancht nochmal off. Ach du Scheiße. Als ob ich hier alles find. Okay. Fuck it. Fuck it. Alles perfekt. Ja, eh schon. Fuck. Fuck. Eins zu früh abgebogen. Gut, Leute. Wollen wir mal schauen, was wir weiter anfangen können. Es gibt Eis... ...Springs. Die nach dem Benutzen kaputt... ...liegen. Hold up. Oh, okay. Okay. Ohi. Äh. Oh, 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 okay. 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 Ich weiß nicht, was abgeht. Ich hab so keine Ahnung, was abgeht. Okay. Okay, blaue Ringe. Okay, äh. Vergangen. Ich. Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin einfach nur wirklich verwirrt. Gerade. Oh. Okay. Okay. Alles klar. Ich. Ich. Als ob ich weiß, was abgeht. What? Was passiert hier? Ich hab auch lange keine Special Stage mehr gefunden. Schade eigentlich. Ich würd gern mal wieder eine machen. Okay, Woodpacker. Pack Wood. Oh, ein Leben. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die krieg. Äh. Fuck. Okay. Spin Dash. Ach so. Aha. Ja. Okay. Alles klar. Ich verstehe das Level-Gaming, sagen wir es mal so. Aber so generell verstehe ich nichts. Ähm. Ähm. Ich würde das Ganze bitte etwas langsamer angehen. Ich weiß, in Sonic ist das vielleicht nicht so gefragt. Aber. Yo. Yo, Wood. Sage ich da nur. So, ich branch jetzt einfach mal ein bisschen off. Geht nicht. Alles klar. Komme ich nicht zur... Hm. Puh. Hier muss ich einfach nur draufstehen bleiben. Das hab ich jetzt verstanden. Oh, da waren Bomben. Okay. Aha. Okay. Sehr viel Aha. Okay. Ich weiß. Ah. Jetzt hab ich das verkackt. Tails. Würdest du? Nein. Okay. Tails will nicht. Tails möchte mir nicht helfen. Gut. Oh. Das sieht ziemlich geheim aus. Wenn mich nicht alles täuscht. Aha. Nope. Alles klar. Ich hab's verkackt. Oder nicht. Nope. Hab ich nicht. Yay. Äh. Bosskampf. Okay. Ey, 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 ey. Ninja. Ein Ninja-Roboter. Ist das Act... Na, ist Act 2, gell? Ich kann einfach den Schalter drücken, theoretisch. Yo. What? Drückst du den Schalter? Ich. Ähm. Ich check's nicht. Ich, ähm. Was? Was? Was passiert? Äh, Leute? Ich glaub, ich hab das Game gesoftlockt. Ich kann nichts drücken. Und die Cutscene spielt nicht weiter. Ich kann nicht ins Home-Menü! Ich kann nicht ins Home-Menü! What the fuck? Ah, doch. Okay. Dann muss ich das Spiel beenden. Ich dachte mir schon, hä, warum kann ich die Kapsel drücken, obwohl der Boss noch onscreen ist? Was zum? Welches ist los? Zum Glück hab ich das aufgenommen. So, Frage nur. Muss ich jetzt das ganze Level nochmal neu spielen, oder? Also, die ganze Zone, oder nur Act 2? In before. Okay, ich hab ganz viel Shit freigeschaltet. Äh. SSZ. Ich, äh. Startup Speedway Zone, Act 1. Leute, das ist die nächste Zone schon. Wir haben, ähm. Was ist passiert? Okay, naja, gut. We take those, I guess. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn ihr wollt. Das war ein Like wert, würde ich mal sagen. Also, bis dann. Ciao. What the fuck? What the fuck? Und dann geht's, wir sehen uns auf jeden Fall im Nachmittag. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Nachmittag.